Hier kann man schön shoppen gehen. Das ist ein Gast, tolles. Guter Shop, nette Dame. Hier habt ihr von Hugo Boss. Hier war Ralf Laurel. Hier gibt es alles. Alles komplett. Und von den Preisen her sind sie genauso gut wie in der Türkei. Die sind super schön verarbeitet. Auch hier ist alles ganz interessant. Hier ist alles ein Preis-Leistungsverhältnis. Und hier seid ihr gegenüber von den Herren. Direkt neben McDonalds. Hier gibt es die Teufel-Tasche. Da ist schon ein Bild drauf.